Heute in der Verkostung ein 17-jähriger Secret Islay Port-As-Cake, 17 Jahre und ob der hier für 130 Euro überzeugt, das gucken wir uns jetzt gleich nach dem Intro an. Viel Spaß mit der heutigen Verkostung. Herzlich willkommen meine lieben Freunde hier auf meinem Kanal. Wie es gelten? Schön, dass ihr wieder dabei seid und heute gucke ich mir mal den Port-As-Cake 17 Jahre an. Dahinter steckt Elixier-Distillers, die Ende letzten Jahres mal eben das Design von Port-As-Cake, so wie wir es gewohnt waren, umgeändert haben. Ich finde, da sind sehr schöne Labels raus geworden und gleichzeitig haben sie da eine Core-Range aufgebaut. Die Core-Range besteht jetzt aus einer 8-jährigen Abfüllung, aus einem Small-Batch-Cast-Dranks meine ich und hier aus dem Port-As-Cake 17 Jahre, den es so glaube ich seit Anfang, Mitte Dezember in Deutschland zu kaufen gibt. Der Port-As-Cake 17 Jahre ist ja irgendwie immer limitiert, in Batches wohl 9.000 Flaschen pro Jahr und man will da pro Jahr auch irgendwie variieren, was das Alkoholvolumen angeht, den Alkoholangehalt angeht, aber auch die Fassreifung. Der Port-As-Cake 17 Jahre hier reifte in klassischen American Oak Hawk Sets, so wird es angegeben, also wahrscheinlich sind das ganz stinknormale Ex-Bourbon-Fässer, was ja auch gar nicht schlimm ist. Abgefüllt wurde der hier, wie ich finde, mit schönen 50,5 Volumenprozent und er ist weder gefärbt noch kühl gefiltert. Und ich glaube, das Ding wurde hier aus 29 Fässern hergestellt. Ja, Port-As-Cake ist eine Serie, die gibt es seit 2009, mittlerweile Elixier-Distillers und ist ein Secret Islay, die sagen nicht, aus welcher Brennerei das stammt. Und Port-As-Cake hat mittlerweile auch, nenne ich Port-As-Cake-Elixier-Distillers, hat mittlerweile auch zwei Brennereien. Tomor in der Speyside, die haben sie irgendwie 2022 gekauft und seit 2023 produziert man da jetzt tatsächlich. Und auf der Insel Islay baut man direkt mal eine neue Brennerei. Ich glaube, so seit 2020 wurde da der Grundstein gelegt und die nennt sich Port-Tintrum oder irgendwie sowas ähnliches. Nagelt mich nicht hier auf die Aussprache fest, ich weiß es auch nicht. Ja, neben Port-As-Cake hat Elixier-Distillers auch noch mal ein paar andere namenhafte Serien am Start. Ich habe hier eine rausgesucht, die Elements of Islay-Serie ist ebenfalls von Elixier-Distillers. Und ja, Elements of Islay habe ich coole Abfüllung schon im Glas gehabt, Port-As-Cake habe ich sowieso fast eigentlich super Erfahrung mitgemacht. Ich habe mir jetzt trotzdem erstmal hier ein Sample irgendwie gekauft, weil 130 Euro ist erstmal eine Menge Geld für einen 17-jährigen Islay-Wisky mit einem schönen Alkoholgehalt von 50,5 Prozent. Ist das aber vollkommen in Ordnung. Nichtsdestotrotz wollte ich mir für 130 Euro nicht direkt eine Flasche kaufen, habe aber mittlerweile richtig gute Kritiken gelesen. Viele waren von dem begeistert und das gucke ich mir jetzt einfach mal gleich auch in der Verkostung an und bin gespannt, was ich nachher im Fazit sage. Ob das Ding hier vielleicht auch als normale Großflasche für 130 Euro bei mir einziehen darf. Wir gehen rein in die Verkostung. Viel Spaß! Willkommen in der Verkostung Port-As-Cake, 17 Jahre. Ich bin richtig gespannt, viele gute Kritiken, viele tolle, leckere Tasting-Notes, die ich da schon gelesen habe. Und ja, was ich euch gerade noch verschwiegen habe, auf der Verpackung, die ich ja nicht habe, steht wohl irgendwo geschrieben, dass der Fall von der Brennerei aus, von der Nordküste Eilers kommt. Und da fällt mir irgendwie spontan Bunna Heaven ein. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher, habe hier gerade leider keine Karte liegen, sonst hätte ich da mal nachgeguckt. Aber bei Bunna ein Stoyscher kann das nicht sein. Stoyscher gibt es noch nicht so lange, irgendwie 2012, 2013, 2014 glaube ich, aber nicht 17 Jahre. Aber ja, lass mal auch die Gerüchte beiseite, ist ja auch egal, Hauptsache das Zeug schmeckt dir. Die schreiben ja selbst auf der Homepage, in der Port-As-Cake ist das Tor zur Insel Eiler, ist eine Stadt dort, wo es keine Brennerei gibt. Deswegen bedient man sich Fässern von Brennereien. Raumt Eiler, also man legt sich gar nicht auf eine Brennerei fest, sondern guckt einfach, was gerade so da ist wahrscheinlich und schmeckt. So, Nosing Port-As-Cake, 17 Jahre. Also erstmal wollte ich euch nochmal zeigen, weil das ist mir gerade beim Einschütten aufgefallen. Ich hoffe, da fängt die Kamera so ein bisschen ein. Also Farbe, super hell weißwein, von Farbe kann man hier fast gar nicht reden nach 17 Jahren. Ist ein bisschen überraschend, ne. Fass war jetzt wohl nicht so aktiv, was so die Farbgestaltung des Whiskys angeht. Der hat wenig Farbe mitgekriegt, ist ja auch nicht gefärbt. Aber das ist schon ziemlich hell, geht so echt in eine schöne Weißweinschorle, hätte ich fast gesagt. Aber gut, Farbe ist ja auch nicht alles, ne. Hauptsache, der riecht gut und schmeckt gut. So, Nase. Ich finde, ein angenehmes Raucharoma. Kein Aroma, kein Raucharoma, was andere Aromen erstickt. Es lässt sehr viel Platz für andere Aromen, die man auch sofort irgendwie erfährt in der Nase. Es ist schon ein intensives Raucharoma, ein schönes trockenes, sag ich mal, Holzfeuer, Lagerfeuer, Raucharoma, finde ich. Aber du hast, dieses Raucharoma verbindet sich mit nassen Kieselsteinen. Also ich habe da sehr mineralische Noten, tatsächlich. Ja, absolut mineralische Noten. Leicht salzige Noten, so ein leicht dreckiges, salziges Hafenbeckenwasser, hätte ich fast gesagt. Eine schöne, erfrischende Citrusnote, Menthol. Leicht süßlich. So ein bisschen blumig, finde ich halt auch. Der hat so eine leichte, geht so ein bisschen in Richtung Flieder. Wir hatten mal hier bei mir zu Hause, bei meinen Eltern, da gibt es so Fliederbäume. So einen weißen und lilanen. Und irgendwie erinnert mich der da so ein bisschen da dran. So leicht blumig, parfümiert, fliederig. Wie sagt man das so? Keine Ahnung, ist ja auch egal. Ja, aber der Spot liegt hier, finde ich, ganz klar auf eine schöne, angenehme, trockene Rauchigkeit. Eine leichte Mineralnote oder eine deutliche Mineralnote. Nasse Kieselsteine gegebenenfalls. Salziges Hafenwasser. Und eine Fliedernote. Oder leicht florale Anklänge kann man auch hier mitnehmen. Gucken wir mal, was der so am Gaumen zaubert. Ich finde die 50,5 geben dem schon mal ordentlich Dampf. Schöner, auch pfeffriger Antritt. Intensives Raucharoma. Auch hier bin ich eher wieder bei so einem trockenen Lagerfeuer-Raucharoma. Nasse Kieselsteine. Auch hier mineralische Noten. Salzige Noten. Vielleicht auch so ein bisschen diese gesalzenen Makrelen, die es da gibt. Eine schöne Waldhonignote, die dem so ein bisschen Süße verleiht. Stark angebranntes Crème Bûlée hätte ich hier noch im Angebot. Ich finde die Nase jetzt, nachdem der Gaumen mal benetzt ist, wenn man nochmal dran riecht, geht der Rauch ein bisschen weiter zurück. So ein leicht salziger, also der sehr salzige Charakter verbleibt. Kommt ein bisschen weiterhin vor. Das Menthol geht weiter in die Front. Und auch diese leicht fliedrigen, floralen Noten sind jetzt mehr da. Also spannend. Also der hat halt echt schon stark maritimen Charakter, finde ich. Der sich krass mit diesem Raucharoma in der Nase kombiniert. Also das ist so ein ganz krasser, maritimer, mineralischer Rauch, finde ich. Sehr frisch insgesamt. In der Nase jetzt weniger Süße. Am Gaumen hatte ich tatsächlich mehr Süße durch diesen Waldhonig und diesen Crème Bûlée-Moment. Ich muss sagen, der erste Schluck gerade hat mich nicht so wirklich überzeugt. Da war der eher so frisch, rauchig, mineralisch. Jetzt beim zweiten Schluck hat man sich natürlich auch an die 50,5 Volumenprozent gewöhnt. Und das Raucharoma hat man sich auch ebenfalls dran gewöhntet. Ist weiterhin da, aber nicht mehr ganz so krass intensiv. Und jetzt harmonisiert das wunderbar mit dieser süßen Waldhonig-Note. Auch hier weiterhin so ein bisschen Floral am Gaumen tatsächlich. Salzig. Und man hat hier weiterhin diesen Lagerfeuerrauch. Und auch ein paar nasse Kieselsteine. Also zweiter Schluck gefällt mir deutlich besser als der erste, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man merkt auf jeden Fall sein Alter. Man merkt, das ist kein junger, wilder Eiler-Whisky. Der ist schon deutlich gesetzter. Aber im Nachgang auch, finde ich, hat er immer noch Power. Also da finde ich, er kratzt jetzt nicht, er brennt aber leicht meines Erachtens. Oder ich bin jetzt irgendwie verweichlicht in den letzten Wochen, weil ich bin ja eigentlich eher ein P-Ted und mag solche Alkoholstärken von 50% aufwärts. Aber ich finde, irgendwas ist da, was im Nachgang so ein bisschen bei mir gerade einfach brennt. Was ja aber auch verständlich ist mit 50,5%. Nachklang, finde ich, hast du noch mal mehr krass maritime Noten. Also eine ordentliche Salzigkeit. Weniger Rauch im Nachklang meines Erachtens. Aber auch hier eine schöne Waldhonignote. Bisschen Creme Brûlée. Also, der Whisky macht definitiv Spaß. Ja, ich habe alles genannt, glaube ich. Mehr kriege ich da jetzt gerade nicht raus. Kommen wir zum Fazit. Nase, immer bis 5 Punkte, wer meine Videos noch nicht kennt. Nase, 3,5 von 5. Ist okay. Schöner Arom, spannendes Raucharoma mit in der mineralischen Maritimnote. Sehr Maritimnote. Haut mich jetzt aber auch nicht direkt vom Hocker, deswegen 3,5. Gaumen. Am Raumen finde ich ihm tatsächlich ab dem zweiten Schluck wirklich sehr schön gelungen. Jetzt aber auch nicht, wo ich sage, ich muss da unbedingt eine Flasche von kaufen. Das habe ich jetzt irgendwie nicht hier für 130 Euro. Meine persönliche Meinung. Dafür catcht er mich einfach zu wenig. Bin ich auch bei einer 3,75 auf dem Nachklang, aufs Finish. Muss ich mich nochmal eben gerade konzentrieren. 3,5 sind wir bei 10,75 Kategorie Top Whisky Verkostung empfohlen. Meine eingangs gestellte Frage, die ich mir auch selber gestellt habe, ob ich mir danach für 130 Euro eine Flasche kaufe, die ihr einziehen darf, sage ich persönlich klar nein. Ein leckerer Whisky. Ich werde hier noch den Rest oder die Hälfte des Samples, was hier übrig ist, genießen. Aber eine Flasche muss ich mir da jetzt von nicht unbedingt zulegen. Ja, wenn ihr den schon probiert habt, teilt mir mal eure Erfahrungen mit. Ich persönlich habe sehr viele gute Kritiken da gelesen. Kann ich jetzt persönlich mal teilweise nicht mitgehen. Es ist ein toller Whisky, aber ich springe jetzt hier auch nicht aus der Buchse, sage ich mal einfach so. Und ja, das war es von mir. Bis zum nächsten Video. Euer Tim. Tschöö.